Ich habe einfach keine Lust mehr zu wichsen. Ich bin bald 40. Ich bin schon längst tot, Alter. Wurst. Geschlechtsverkehr ist eine sehr schöne Sache. Und je natürlicher ihr damit umgeht, desto mehr Freude werdet ihr am Körper des anderen haben. Ich habe mir auf meine Mutter einen runtergeholt. Warum hast du mich eigentlich nie geküsst? Willst du mich jetzt vielleicht küssen? Ich glaube schon. Ich habe sofort gemerkt, dass es ein Schuss in den Ofen war. Ach übrigens, habe ich dir erzählt, dass du einen Bruder hast? Wie? Ich habe einen Bruder. Und wie war das? There's a phone call from Germany. Ich kann dir gar nicht vorstellen, wie lange ich verliebt in dich war. Ich glaube, es fing an mit fünf. Das hörte eigentlich nie auf. Ich habe den Eindruck, dass du ziemlich nett bist. Egoistisch und nett. Ich glaube, dass wir bis zum Ende glücklich sein könnten. Bleib bei dir, bis du wieder ganz gesund bist. Hast du Lust, noch rauszugehen? Fühlst du dich wohl in der Klinik? Ja. Das war ein Arschloch. Ich bin froh, bei dir zu sein. Man muss bereit sein, weit zu gehen. Genau so ist es. Ich bin froh, bei dir zu sein.